Guten Tag, heute besuche ich Levergarden Restaurant. Aufregendes Restaurant am Kanal mit leckerem thailändischem Essen, sehr zu empfehlen, wenn Sie gutes Essen, gutes Cocktail und einen schönen Lager wünschen, zu einem erschwinglichen Preis. Ein tolles kleines Restaurant liegt gegenüber dem Beyond Caulac. Sie können reisen, indem Sie Google Map folgen und Ihr Sehen im Levergarden anbinden. Die Übungszeit ist von 11 Uhr bis 21 Uhr täglich. Das Restaurant konzentriert sich hauptsächlich auf thailändischen Essen und verfügt über eine umfangreiche Speisekarte, ob es sich um ein Menü mit lokalen Speisen. Merlech, Fichte und Dessert handeln, darunter auch thailändische Dessert und Gebäck. Außerdem gibt es eine große Auswahl an Getränken, darunter Kaffee, Saft und Cocktails. Aber ich möchte Ihnen heute das Signaturmenü des Restaurants vorstellen. Gemüse Frühlingsrollen, Ente mit Orangensauce, Hühnchen Massaman, gebratene Krabben mit Chilipaste, gebratene Fisch mit Mangosalat. So, ich probiere mal die Frühlingsrollen mit Süßchilisauce. So, das ist, das sind die Ente, mich Orangensauce. Bisschen Mesh Potato und die Karotten. Bisschen Popperli. Bisschen Los French Bisschen Orangensauce Bisschen Orangensauce Bisschen Orangensauce Bisschen Orangensauce Bisschen Orangensauce So, ich probiere die gebratene Krabben mit Filipaste. Alter, sehen Sie, es gibt auch das Gemüse. Sieht so lecker aus. So, ein bisschen Gemüse. Die Parotte. So, ich probiere die gebratene Fisch mit Mangosalat. Oh, großes Stück Fisch, das Geschmäck ist lecker. So, das sind die Mangosalat. Das Geschmäck ist ein bisschen sauer, aber es passt zusammen. Das ist lecker. So, ich probiere den Hündchen-Massamal mit Reisesamen. So, Hündchen. So, das ist Mango-Kleb-Reis mit Kuchen und Saucer. So, das schmeckt sehr lecker. Typisch thailändisch. Wenn Sie in Thailand sind, müssen Sie unbedingt ausprobieren. Das ist super. Ich probiere mal. So, sehen Sie, Mango, großes Stück Mango. Das ist Mango. So, probiere ich mal. Mit Reisen, der Mangos schmeckt super. Mit Kleb-Reis. Lecker. Schön Dekoration. Wenn Sie in Thailand sind, muss man unbedingt essen. Oder wenn jemand Kuchen essen möchte, hat das Restaurant zur Auswahl zum Beispiel weiche Schokolade und Orangetorte. Die Getränke sind grüner Eistee, Mocha Kaffee. Lecker. Schön. Ich sieh sehr schön auf. Das hier schmeckt gut. Nicht süß. Aber es passt. So, die Schokolade. Sehr lecker. Nachrichten heute ist sehr, sehr lecker. Es passt zusammen mit Kaffee oder mit Grüne Ice-Tee. Auch gezeichnet. So, bei der Bezahlung, Sie können in Bar oder online bezahlen. Dankeschön. Abschließend möchte ich das Lever Garden Restaurant empfehlen. Es bietet eine größere Auswahl an thailändischen Gerichten. Ich hoffe, dass sie vom Serviet und dem Geschmack des Essens beeindruckt sein werden. Vielen Dank für das Zuschauen. Vergessen Sie nicht, unten einen Kommentar zu hinterlassen. Und lassen Sie mich wissen, wenn Sie Fragen zu Kaulack haben oder Hilfe bei anderen Reisetipps für Kaulack benötigen. Wenn Ihnen unser Kanal gefällt, klicken Sie die Daumen nach oben. Abonnieren Sie jetzt meinen Kanal und teilen Sie es mit Freuden.